Egal ob bei Gegenwind, Steigungen oder längeren Strecken, wer sein Fahrrad mit Muskelkraft fortbewegt, kann schnell mal ins Schwitzen kommen. Komfortabler ist es da schon mit Elektrofahrrädern, den sogenannten E-Bikes. Auch in Bad Zwischenahn sind inzwischen einige Radfahrer mit elektronischer Unterstützung unterwegs. Bisher mangelte es in der Gemeinde, aber an geeigneten Ladestationen. Nun gibt es Abhilfe. Am Mittwoch wurde auf dem Marktplatz eine erste öffentliche Ladestation in Betrieb genommen, an der künftig Fahrradakkus aufgeladen werden können. Der sogenannte E-Tower ist eine sechs Meter hohe Säule. Das Besondere, der Strom ist regenerativ. Er wird durch Sonne und Wind erzeugt und ist für die Fahrradfahrer kostenlos. Die Ladestation wurde der Gemeinde von der Firma Blue Terra Wind Media aus Kloppenburg kostenfrei zur Verfügung gestellt. Für die Zukunft denke die Gemeinde über die Errichtung weiterer öffentlicher Ladestationen für E-Bikes nach.